ja alle und zusammen um wir machen so und so mein kreis und so ihr hallo ich bin er will auf die er und ich glaube ich habe mich gut keine Ahnung steuerst ganz leicht manche ist doch nun zu leise noch ja ich muss mich dran gewöhnt Niersch haben ein paar Sachen so zum Aushauen in groß und so mein Handy klingelt perfektes Start richtig um ein paar Infos zum raushauen und der das erste was ich eigentlich gerne mitmachen würde letzten Wochen Zeitraum das hat jetzt gewohnt bei ist um dann nehmen wir so ich würde gern weitermachen aber ich steigend auf das beschwerde machen als bei Hextlatchen auch nicht schon gern aber das sind auch dabei ich mag einfach nicht mit dem zusammenstehen oder so. Deswegen steigen wir vielleicht aus und machen unser eigenes Projekt. Wir wissen noch nicht was. Vielleicht auch Hexit und eine geht nach rechts oder eine nach links und so. Und bauen Städte auf und machen halt so anderes Zeugs. Und ja, was noch? Ja, was gibt es eigentlich noch zu erzählen? Ja, wir wollen halt ein neues Projekt starten vielleicht, wenn jetzt bei Hex-Legends irgendwie was besser wird. Ja. Weil ich ja schon ein bisschen kacke für die Anträge gegenüber, weil ich habe es auch schon mitgekriegt, dass Paar nicht hochladen, also das Projekt. Ja. Und ja. Oder einfach Regel verstoßen und so. Ja und wenn wir jetzt überlegen, wenn wir unser eigenes Projekt machen, können wir unsere eigene guten Regeln machen. Ja. Ich meine, die griefen auch da. Gerade an anderen Städten. Die bauen einfach Sachen ab oder so. Ja. Und dann heißt es einmal, ja man darf nicht durch das Portal gehen, das baue ich jetzt ab. Das sieht man in einer Folge von mir glaube ich noch. Und ja, das hat Typhon mal gesagt. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Namen erwähnen, aber egal. Das hat Typhon mal gesagt, ja, dieses Portal zu leben. Zum Spawn, darf ich nicht mehr haben. Und dann hat es abgebaut und jetzt kommt der irgendwie immer noch her. Ach, der hat ja Spiegel bei uns. Ja, genau. Und man darf keine Portale, keine Portale. Spiegel ist wie ein Portal, finde ich. Und der benutzt es trotzdem noch. So. Auf jeden Fall, wenn wir auch, wir müssen auch überlegen, was wir überhaupt spielen, was für Modpack. Vielleicht machen wir auch wirklich Hexed weiter oder... Nur normales Minecraft oder Feetabies. Oder Feetabies, ja genau. Oder gerade beim Techno Launch gibt es auch noch TechEd oder... BigTick. Oder BigTick. Ich, zum Beispiel BigTick, weil ich schon immer mal ausprobieren. Mal gucken, was es ist. Ja, es wird bestimmt interessant und witzig. Ja. Und vor allem, das wäre halt mal was ganz Neues. Ja, gut, ganz Neues ist ja, alles hat Minecraft, ne. Ist halt nicht ganz neu und so. Ja. Aber, ja, was müssen wir jetzt noch mehr machen, weil die ganze Zeit heißt, jetzt ganze Zeit bei uns war jetzt auf einmal auch neue Mitspieler auf einmal bei uns dann nach einer anderen Stadt, bei uns in der Stadt, gell? Ja. Und... Wir wollten ja eigentlich jemanden dazu haben. Ja, und dann heißt es wieder, ja, ist doch egal, mir ist sechs in der Stadt, die anderen sind dann nur... Fünf oder vier. Fünf oder vier. Und statt gelb, ja, wie ich schon gesagt, die haben ja nur nix aufgenommen oder jetzt hat man nix hochgeladen. Und, ja, was gibt es eigentlich noch alles zu sagen? Ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja unten in den Kommentaren schreiben, was wir nachmachen können oder so. Ja, nachmachen ist scheiße. Ja, von TV-Serien, wo ihr vielleicht kennt oder irgendwie, was wir für Let's Playen kennen. Familienbrennpunkt. Das wäre wie schön witzig. Du bist die Mutter. Ja, Familientausch. Ne, da brauch ich nicht mehr. Ne, wo wir halt andere einladen können. Frauentausch. GZSZ. 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 Kalf. Barbara Zahle. Ne, ähm, ich kann ja damit irgendwas zu machen. Geh mal bitte näher an dein Mikro. Statt Geld soll es angeblich auch nicht mehr geben. Ja, und jetzt bin ich ein Geheimsieg. Immer noch. Immer noch. Hier kennen mich alle. Ich bin gerade so richtig versteckt. Ich bin richtig schlecht versteckt. Mal, weil es müssen wir mich sofort sehen, aber naja. Ich bin in mir so ein Block, so solid, weil ich denke so, aha, da muss ich hin, so solid. Tu, was ein Block tun muss. Nee, wer wird Millionär gibt es ja schon. Ich habe den YouTuber gibt es ja auch schon. Wir wollen ja nichts nachmachen. So gesagt, das ist Hexik letztens nachgemacht. Mega-Projekt haben wir, das ist ja auch nachgemacht gewesen mal, da hatten wir kein Name, da hieß es einfach nur V2P's Projekt. Und ich finde, das ist scheiße, wenn wir ihn danach machen. Und wenn ihr jetzt mal auf YouTube eingibt, Text, Legends... Oh, ich bin tot. Wenn ihr jetzt mal eingibt auf YouTube Text, Legends, dann kommen andere, die eigentlich gar nicht bei uns dabei sind. Ich sehe den Namen. Du, 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 ich finde eh nicht nur nach sekundischer E-Rocs. Oh, dann renne ich mal rum. Ui. Hi, oh, oh, und ich komme jetzt auch demnächst eine neue Maus, weil die hängt gerade, sei bei mir. Ich habe eins, eine neue. Ja, und ich würde sagen, das war dann die Runde. Ja, und ich würde auch sagen. Und das ist auch immer vollkommen... Da bin ich. Hallo. Und ich würde sagen, das war jetzt auch die Runde schon. Und das mit dem Aufnehmen, wenn ihr mal so nachdenkt, aufnehmen, nächsten Tag hochladen. Und was auch erinnert, ich das. Hero. Upload-Sperre. Hero. Einfach, manche haben keine anderen Gedanken, als was nachzumachen. Ja. Und wollen jetzt halt endlich mal was richtig Neues machen, was halt noch nie jemand vor uns gemacht hat. Oder, guck mal, einzigste, den ich noch aktiv kenne, der Minecraft-Normal-Letsplate, ist Kronkh. Ja, das ist der einzigste. Der hat... Kev, der macht ja auch keine normalen Minecraft-Videos mehr. Ja, aber ich... Trotzdem, weißt du, Kev macht halt auch wieder seine eigenen Dinge und ich schaue richtig gut und so, finde ich echt gut. Einzigste, was mir jetzt an den Regeln verändert haben, war eigentlich ein Bürgermeisternischer König. Ja, genau. Und wir haben auch alles gleich gemacht, zum Beispiel statt Rot und alles drum dran. Ja. Statt Gelb und zum Beispiel, ich finde es auch scheiße, dass auch die Portale da geblieben sind. Und dass auch Creeper-Schaden keinen... Wenn Creeper explodieren, dass die keinen Schaden machen, als irgendwie Umgebung oder so. Ja. Fand ich jetzt persönlich richtig schlecht, weil... Da kann man einfach nur hingehen, ah Creeper, bum, mach mal bum, oh, ist nix kaputt, dann cool. Weil ich habe ja vorher aufgenommen und dann hieß es ja, Julio will uns aus dem Projekt werfen, kann schon alle meine Sachen haben, wenn ich draußen bin. Und dann bauen... Und mit Creepen meinte ich, ihr habt es bestimmt dann auch gesehen, oder ihr werdet es noch sehen, ähm, dass da im Julius Haus, dass da Ding, ähm, dass da Wasser reingetan würde von Adrian. Lass mal kurz nur eine Runde das Black spielen. Ähm, ja. Oder nochmal eigentlich Heiden Sieg, oder? Ne, ne, lass Black spielen, dann weiß ich, geht halt schneller, komm schnell, 13. Wo ist Black, Black hier? Komm schnell! Los! Ist das da? Hm. Hm, hm. 13? Ist voll, oder? Ich schmisch gerade da, 13. Komm raus. 16? Wohl 16? 16? Da ist er schon der gleichen Tafel. Nein, komm, 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 komm. Ich bin da. Ja, und bei Jojo wurde halt Wasser reingetan. Und dann, bei Jojo wurde halt Wasser reingetan. Und so? So. Tun die Spoiler oder so, mach ich lieber. Ja, komm, ich spüre noch eine Runde, reden noch ein bisschen, und... ja also eigentlich hat hätte es mir schon Spaß gemacht wir haben ja auch Hexel auf jeden Fall und ja was müssen wir jetzt machen jetzt also ich hab schon geredet entweder die 2 wo angeblich raus sollen sollen oder ich und Andi weil wir spielen eigentlich noch gescheit wir halten uns an die Regeln ja was ich auch ein bisschen scheiße finde dass manche 30 Folgen oder so vor produziert haben wir haben schon komplett alle Rüstung und all drum drin sehr gut und ja ich bin ja gerade mal bei Folge 15 oder so gerade bei mir bei Hexel Legends ja ich hab noch überhaupt kein Geld Rüstungsteil vielleicht bei Folge 10 und wir jetzt schon aufhören ja ich bin auch bei Folge 15 wenn da einfach kein Projekt mehr Spaß macht dann macht kein Spaß mehr sondern ist dann einfach nur eine Zwangsaufnahme und darauf habe ich kein Bock richtig mit der jetzt nur YouTube so und machen dass euch Zuschauer unterhaltet meine Videos ich kenne mich gar nicht damit Jörg und und macht halt keinen Spaß muss man sagen ja was macht nur kein Spaß macht und so war er doch nicht in die Schuhe aber macht das gleiche TNT ich muss weg ach da bist du ich sehe dich ja mein Maus hängt wieder ja nein ich bin runtergefallen ja ich bin auch eins runtergeflogen scheiße und ich hoffe es einfach mal dass demnächst auch ganz schön dass ich demnächst auch vielleicht auch ein scheides Mikro habe aber gut ich habe ein scheides Mikro ja schon ich habe jetzt meinen neuen PC ja ich hätte ich habe auch ein Mikro aber das gehört man hat mir gesagt ich will es mir ausleihen und ich bin tot danke für die Zeit ich will es mir ausleihen und dann auf einmal habe ich den habe ich das vor drei Wochen oder sieben Wochen oder so gehabt keine Ahnung ausleihen heißt ja eigentlich nur kurz irgendwie was nehmen und dann passt es um und das passt eigentlich aber jetzt haben wir schon die großen Schmerzen gekauft und weiß ich nicht sagen und darum ist mich noch gewöhnen wo ich tun um die zwei Etage schon und ich aber den und an einem neuen Intro weil Jojo hat ja diese Waffe da gemacht und die Schrift sieht nicht gerade am besten hier ich will ja ja das würde auch gerne interessieren was ihr jetzt davon haltet unsere guten lieben Zuschauer ob das ok ich werde mal Hexed Legends aufhören und was ich sag dick was weischt das für ein dick dick dann gucken wir mal was für ein Modpack ich mal gucken das Tumor vielleicht mal ausprobieren ja und dann mal gucken ob wir ein Servo hinkriegen oder so ja wo er ein bei er eine Seite machen das kostenlos denn muss ich halt dann mal einschalten oder so ich hab jetzt müssen so lange sind auch in dem Montag fast zu lang von Info Video egal da hat nur noch in sich hat mir mal was zum reden und so ein Thema das ist ja immer gewohnt ein bisschen dämpfen, du ist ganz still und ja, ja, spielen einfach vielleicht finden wir ja jetzt Themen insgesamt so mal glaubst du, du schaffst? ja, keine Ahnung, meine Maus hängt ab und zu mal finde ich richtig geil ich weiß mir noch das Urlaubsvideo von mir ja, warum? da hing meine Maus auch vielleicht jetzt am Anfang noch nicht zu erkennen, aber ähm, wenn ihr jetzt mal genauer hinkommt das Urlaubsvideo dann seht ihr, aha, die Maus hat wird oder hin wirklich hey, ich habe ihn rund umsetzen ich habe es gesehen und, hol noch mal ein den Grund, ja hihihi das viele Biesprojekte haben manche vielleicht auch nicht aufgenommen ja, das ist auch wie das nächste wir sollen irgendwie mal zuverlässige YouTuber finden deswegen eigentlich nur wir beide ja, genau weil, guck mal, wir gucken mal ab und zu auf unsere Kanäle drauf also ich zumindest wenn ich was sehe, aha, den wo, fuck, okay wir haben uns ja gegenseitig abonniert ja, ich schau klar, ein bisschen ja, ich schau klar, ein bisschen die Sänger, die Sänger, die Sänger und so ähm, wenn ich da was sehe, aha, den, wo ich abonniert habe, da guck ich halt gleich und ich vielleicht auch, weil ich so, das so, keine Ahnung und ja, was vielleicht auch interessant ist, weil ich hab den Menschen mal gesehen, dass Vitebis 2 draußen nicht allzu leid vielleicht kann man auch das irgendwie mal irgendwie was gucken, dass man das machen oder so, ja, man gucken jetzt, wir müssen es jetzt noch ganz überlegen ja und ich hoffe, es ist mal, dass hier beide Runde fliegen, dass ich endlich hier gewinnen oder das umgekehrt anders gewinnen und der wird nicht kriegen sag ich ja, ähm also da kommt dann vielleicht noch mal ein Video aus wir dann Ding ja, wenn wir dann noch so neue, neues Ding haben und ja, das war ich schon von Info, jetzt endlich so, ich hoffe, es hat euch gefallen und mal gucken, wer vielleicht mal zurückschreibt, wäre ich nicht, wenn die Kommentare da lasst und schreibt einfach, wie es euch gefallen hat und was ihr dazu denkt ja ja und ja, hier, der hier ohne es gehen hat gewonnen, ja ich hab's nicht mehr gesehen, ich bin schon groß ja und dann, sag ich, bis zum nächsten Mal, ciao ciao